Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, wisst ihr, ich bin kein Anlage- oder Finanzberater und ich habe natürlich keine Glaskugel vor mir stehen. Ja, aktuelle Lage bei AMC, es sieht miserabel aus, was ich aber erstmal gar nicht so schlimm finde. Schlimmer finde ich, wie sich aktuell, ja, die Community würde ich sagen spaltet. Also das sieht man wirklich sehr, sehr stark. Es war in der Vergangenheit ja immer so, waren die Nachrichten schlecht oder war der Kurs schlecht. Ist alles schlecht? War der Kurs gut? Haben alle schon ihre Bestellungen an Lambo gegeben? Also die Frage ist nur aktuell, was möchte man? Also dass der Kurs nicht gut aussieht, wir können einmal direkt auf AMC gucken. Ja, bewegt sich langsam wieder ins Grüne, aber aktuell minus 0,37 Prozent. Und bei Ape, ja, da traut man sich fast schon gar nicht hinzugucken. Oh, ein Plus, ich aktualisiere einmal. Von 2,31 Prozent und wir befinden uns bei 1,72 Euro. Jetzt ist es so, dass natürlich viele massiv im roten Bereich sind. Das sind vielleicht auch schon länger, aber jetzt, ja, einen neuen Tiefstand im Depot haben. Und das tut natürlich, würde ich sagen, allen weh, weil es geht der kompletten Community so. Einige sind ja tatsächlich noch im Plus. Das ist schon ziemlich krass. Auch ich bin mittlerweile, mein EK liegt ja um die 8 Euro, leicht im Minus. Aber das ist halt nun mal so. Also es war von vornherein eine Zockeraktie. Wir haben hier nicht investiert, weil wir Adam Aaron geil finden oder Kinos geil fanden, sondern weil wir Kohle machen wollten. Ganz einfach, wer Kohle machen möchte, geht gewisses Risiko ein. Bei AMC sehe ich es aber auch immer noch so, dass diese weltweite Community von 4, 5 Millionen Anlegern immer noch vorhanden ist. Wenn man im amerikanischen Markt guckt, dann ist dort trotz des Kursfalles immer noch sehr positiv. Denn man muss sich Folgendes vorstellen. Erstmal, der gesamte Markt ist rot. Zweitens, wir haben mittlerweile so viele Fakten auf dem Tisch, dass irgendwas manipuliert wird. Wir wissen vom Darkpool, wir wissen vom Naked Shorting, wir wissen von vielen, vielen anderen Dingen. Und die große Problematik sind natürlich gewisse Behörden, die hier zugucken, Kohle verdienen und nichts machen. Das ist einfach so, man muss aber immer sich eins vor Augen halten, aktuell die Börsenlage weltweit ist eher bärisch anzusehen. Aber nach so einem Szenario kommt halt auch irgendwann mal wieder der Bullround. Das ist ganz normal und dann kommt natürlich zusätzlich noch hinzu, die allgemeine Situation auf der Welt. Weltinflation, Krieg, Corona und was weiß ich nicht. Also hätten wir dies alles nicht, würde es vielleicht ganz anders aussehen. Aber man kann jetzt natürlich viel reden oder prophezeien. Was wäre, wenn? Man kann nur auf die aktuelle Lage gucken. Und das spielt leider, leider, leider Gottes hier einigen Institutionen wirklich zugute. Vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen. Die Fed hat mal schnell der Schweizer Bank über drei Milliarden Dollar heimlich zuge oder überwiesen. Was nichts Außergewöhnliches ist. Also da gibt es mehrere Berichte darüber. Ich will das auch ganz kurz nur anschneiden. Ihr habt ja die Situation mit der Credit Suisse mitbekommen. Jetzt hat die Fed da heimlich Geld hinüberwiesen, über drei Milliarden. Um, ja, einer gewissen Bank zu helfen, als der Schweizer Bank, der Credit Suisse. Und das Merkwürdige ist nicht, dass es geholfen wird, sondern der Zeitpunkt. Und, weil gewisse Anleger, Großanleger der Credit Suisse hier wirklich auf die Bezahlung eines Kredites verlangt haben. In Höhe von knapp drei Milliarden. Und die Credit Suisse sich auch drei Milliarden dann von der Fed geliehen haben. Ist schon ein ziemlicher Zufall. Was wäre gewesen, wenn die Fed hier eben kein Geld überwiesen hätte. Passiert aber meistens nicht. Denn dafür sind solche Behörden da. Denn sonst wäre wahrscheinlich der gesamte Bankenmarkt, der Finanzenmarkt schon längst eingebrochen. Also, man sieht, oder was will ich damit eigentlich nur sagen. Die aktuelle Lage ist einfach weltweit nicht gerade die schönste. Ja, 6 Dollar Marke unterschritten. Ein Minus von 2,22%. Ich aktualisiere mal. Ja, 5,93 Volumen. Ja, Börse hat noch nicht lange offen. Und dann gibt es wieder Nachrichten. Der Kursverlauf der Meme-Aktie bleibt ein Desaster. Ja, was heißt Desaster? Also, nehme ich mal Tesla oder Google oder Apple mit ran, würde ich genauso sagen, es ist ein Desaster. Denn ich glaube sogar persönlich, dass einige wirklich bei Apple, Google, Facebook oder wie sie alle heißen, die großen richtig Kohle investiert haben. Denn AMC, GameStop oder viele andere sind ja eher eine Zocker-Aktie. Aber viele haben natürlich auch gesagt, oh, bei Tesla, da gehe ich mal richtig mit Kohle ran. Ja, die gucken jetzt natürlich auch ziemlich doof. Also, Desaster ist natürlich immer die Frage prozentual und wie viel Geld hat man investiert. Aber, wie gesagt, wir befinden uns halt aktuell in einem absoluten Bärenmarkt. Und nach einem Bärenmarkt, meines Erachtens, kommt auch wieder der Bullrun. Auch wenn es wirklich überhaupt nicht fürs Depot so schön aussieht. Ja, was schreibt Pranknetz heute? Hat die AMC-Aktie, die, ja, ist automatisch deutsch übersetzt, die den Support erreicht, schon erreicht. Ihr wisst ja, ich bin überhaupt gar kein Fan von Chart-Analyse. Er selber sagt hier, ja, warum ist das 6-Dollar-Level so wichtig? Ja, jedes Mal hier abgeblockt. Aber nichtsdestotrotz, ich würde wirklich behaupten, solange wir, ja, kein Statement von Adam Ehren bekommen, kein Eingreifen der Behörde und die Hedgefonds weiterhin ihre Möglichkeiten, ihre, ja, illegalen Möglichkeiten ausnutzen, hat man nicht wirklich die Möglichkeit, hier nach oben zu kommen. Das Einzige, was meines Erachtens hier wirklich übrig bleibt, ist das Volumen, ist das Momentum. Es muss Volumen entstehen, um hier wirklich einsteigen zu können, beziehungsweise der Kurs steigt. Ich warte eigentlich wirklich nur auf das hier, äh, darauf, dass wirklich Großanleger hier Geld reinbuttern und dass es zu einem massiven Kursanstieg kommt, denn ich würde wirklich behaupten, mit uns Anlegern, die ja wirklich den Float halten, wird es hier sehr schwierig werden. Das ist ja, was ich schon längere Zeit sage. Wir brauchen Volumen. Das Volumen entsteht durch Käufe. Ähm, natürlich Darkpool ist so eine Problematik. Aber wenn hier erstmal große, groß, große Anleger wieder Geld reinbuttern, einfach mit dem Gedanken, jo, damit können wir hier den Aktienkurs wirklich, ja, massiv nach oben treiben, ist das unsere Chance. Und, ähm, dadurch werden natürlich wieder andere Leute aufmerksam, wenn so eine Aktie um 20, 30 Prozent steigt. Und dementsprechend hoffe ich wirklich darauf, dass das passiert. Denn wie viele oder einige geschrieben haben, ja, AMC geht auf 1 Euro runter und so weiter, glaube ich persönlich nicht. Ähm, die Kaufkraft wäre so enorm bei 1 Euro. Also, äh, äh, was soll ich sagen? Bei 1 Euro, äh, will ich mir gar nicht vorstellen, wie viel hier nachgekauft wird. Also die, die geschrieben haben, ich habe nur 30, 40 Aktien, äh, äh, selbst die werden wahrscheinlich nochmal ein Hunderter oder 200 Euro in die Hand nehmen, um bei 1 Euro einzukaufen. Denn dann ist halt immer die Wahrscheinlichkeit größer, dass hier wirklich der Kurs wieder steigt. Und es gibt so gewisse, ja, Leute, die, ja, zum Beispiel schreiben hier unten zum Beispiel, ähm, ja, dass sich AMC niemals wieder auf dem Level befinden wird, wie vor Corona, ja, weiß man nicht, dass AMC Schulden hat, weiß man. Er rät hier, ist halt ein Analyst, äh, davon ab in AMC zu investieren. Ja, sie nutzen natürlich wirklich nur die fundamentalen Daten. Und da ist AMC, ja, aktuell natürlich auf einem guten Weg, meines Erachtens. Nichtsdestotrotz haben sie noch viele Schulden, aber da konnten sie wirklich einiges schon wegmachen. So, was gibt es noch zu sagen? Ja, genau, das ist so ein Thema. Gestern ging es da, ähm, ja, sehr heiß in einer Online- oder in einer Social-Media-Bereich zu. Ach, die Hedgehogs, die haben doch schon längst gecovert. Da sprechen ja die Zahlen für. Naja, also wenn man rein die Ortex-Daten hier zur Hand nimmt, dann wüsste ich nicht, wo hier irgendein Hedgehog irgendwas gecovert haben soll. Also, ähm, das ist immer dieses Thema. Ich schmeiß mal irgendwas in den Raum. Ich rede negativ. Mein Depot sieht blöd aus. Ich will Bestätigung von anderen Leuten haben. Weiß ich nicht, äh, was das soll. Also, wenn jemand was Negatives über einen BMW sagt, äh, interessiert mich das nicht. Selbst wenn ich selber einen BMW fahren würde, denn meinem BMW geht's gut. Also, äh, äh, ich finde, das ist immer so, man sucht nach einer Bestätigung, dass es anderen Leuten genauso schlecht geht wie mir. Also, ich weiß leider nicht, was das heißen soll oder was man damit bezwecken möchte. Auf jeden Fall kann man sagen, die Zahlen würden hier ganz anders aussehen, wenn hier irgendwas passiert wäre. Und die Utilization natürlich auch seit Februar 100%. Also, das ist auch schon so eine Hausnummer. Und jetzt machen sich schon die ersten Leute lustig. Und zwar, Jim Grammer, äh, ja, hat gesagt, dass 5,85, äh, äh, Entschuldigung, beziehungsweise Jim Grammer sagt ja immer Dinge und genau das Gegenteil passiert. Er spricht hier von 5,85 AMC-Preis. Äh, 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 also es könnte jetzt wieder langsam nach oben gehen. Hoffe ich auch auf jeden Fall. Ach, hier nochmal die Ortex-Daten, ne? Und dann kamen ja die Inflationszahlen raus. Ja, minimal besser als im Vormonat. Nichtsdestotrotz offiziell immer noch bei 8,2%. Das spielt natürlich auch vielen, vielen, vielen Institutionen in, äh, äh, in die Hände. Einfach aus dem Grund, weil viele es sich einfach nicht mehr leisten können, nachzukaufen. Also, das ist einfach so. Das Gleiche ist natürlich auch, will man jetzt noch in ein Unternehmen investieren, welches nur noch fällt und fällt und fällt. Also, wenn ich mir jetzt angucke, es ist 7,16, ein Plus von 2,3%. Man guckt nach einer halben Stunde wieder rein. Und es kann wieder bei minus 10%, äh, äh, liegen. Aber was halt wirklich geschreckend ist, so diese Performance, äh, in einem Monat um knapp 35% gefallen. Ähm, ja, guckt man sich andere Aktien an, ist es natürlich nicht so extrem. Aber, wie ich gerade schon gesagt habe, selbst große Unternehmen, Apple, Tesla, Facebook, Google, ja, äh, sieht alles auch nicht viel besser aus. Also, jeder, der irgendwie jetzt aktuell in Aktien investiert hat, kann eigentlich nur, äh, äh, Geld verlieren, als Geld gewinnen. Außer, ja, wir kommen so allmählich mal in den Bullrun. Und man kann heute auch sehr gut den S&P angucken, man kann sich den DAX angucken. Also, was da für krasse Schwankungen heute waren, äh, äh, war wirklich schon erschreckend. Genau aus meinem britischen, äh, Pfund, äh, was da alles so los ist. Es ist halt aktuell einfach der Markt, der wirklich nicht auf der Seite der, ja, Anleger ist, sondern halt eher in Richtung Institutionen. Äh, ja, so ist der aktuelle Stand hier, plus 3,5%. Also, wer weiß, vielleicht erreichen wir heute mal 5000% Kursanstieg. Würde auf jeden Fall mich sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören, lasst gerne ein Like da, einen Daumen nach oben und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.